Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich möchte euch ganz herzlich einladen, hier beim Mut zum Aufbruch Kongress mit dabei zu sein. Mein Name ist Stefan Dittrich, ich bin Strategie- und Technik-Coach für Online-UnternehmerInnen und ich bin 2017 aufgebrochen. Ich habe den Mut zum Aufbruch gehabt, ich bin nach Sri Lanka ausgewandert, habe mein altes Leben in Deutschland zurückgelassen und lebe jetzt hier ein wundervolles Leben, aber es hat natürlich sehr viel Mut gebraucht in der Anfangsphase, in der Phase, wo es dann sich darauf zubewegt hat und darüber habe ich mich gerade eben mit der lieben Astel unterhalten. Was hat es gebraucht, um den Mut zu finden? Was hat es gebraucht, um größer als die Angst zu sein? Ja und was sind Ressourcen, die man nutzen kann, egal ob es um das Thema Auswandern geht oder vielleicht wollt ihr eine Selbstständigkeit starten, vielleicht habt ihr auch eine persönliche Veränderung in eurem Leben geplant. Wir haben uns darüber unterhalten, wie ihr den Mut zu diesem Aufbruch habt und wenn ihr das alles in voller Länge wissen wollt, dann meldet euch jetzt hier für den Kongress an und wir sehen uns gleich auf der anderen Seite. Bis dahin!